Egal, ob es darum geht, mit ein paar Texteingaben beeindruckende Bilder zu erstellen, die Internetsuche auf das nächste Level zu heben oder sich mit extrem intelligenten Chatbots zu unterhalten. Künstliche Intelligenz ist seit diesem Jahr im Mainstream angekommen. Auf unserem Kanal stellen wir euch seit einiger Zeit immer wieder neue und beeindruckende KI-Tools vor. Diese Programme oder Websites bieten die Möglichkeit, mit künstlicher Intelligenz unglaubliche Dinge zu schaffen. In diesem Video haben wir deshalb unsere 10 besten Websites in diesem Bereich zusammengestellt. Und möchten sie dir kurz vorstellen. In der Beschreibung findest du alle Websites verlinkt und zu vielen der Angebote auch ausführliche Tutorials von uns. Also, wenn dich etwas Besonderes interessiert, schau auf jeden Fall auch diese Videos an, in denen wir uns dann im Detail mit den einzelnen Tools beschäftigen. Es geht ja eigentlich gar nicht anders. Wir beginnen unsere Liste mit dem Tool, das den Hype erst ausgelöst hat. ChatGPT. Der Chatbot der Firma OpenAI hat Ende letzten Jahres für extreme Schlagzeilen gesorgt. Durch die unglaublich guten Kommunikations-Skills dieses Bots hat die Website in Rekordzeit eine Million User überschritten. Und das Wachstum wurde seitdem eigentlich kaum gebremst. In der Zwischenzeit wurde sogar ein neues Grundlagenmodell mit GPT-4 veröffentlicht und hat den Bot noch besser gemacht. Es gibt unzählige Anwendungen, in denen ChatGPT hilfreich und nützlich sein kann. Ob als Tutor, Ghostwriter oder Unterstützung bei jeglichen Aufgaben. Wenn du von ChatGPT noch nie gehört hast, es ist im Prinzip ein Chatfenster, in dem man sich mit einer KI unterhält und wie mit einem Menschen interagieren kann. Die Antworten sind unglaublich gut und es ist erstaunlich, wie gut der Bot vor allem auch die menschliche Interaktion drauf hat. Also, falls noch nicht geschehen, probiert ChatGPT auf jeden Fall einmal aus. Aktuell bietet die Website für die meisten Nutzer nur Wissen bis zum Jahr 2021 an, da das Modell damit trainiert wurde und keinen Zugriff auf das Internet hat. Es ist aber bereits jetzt für einzelne Nutzer möglich, diese Barriere zu überwinden und mit Browsing auch aktuelle Infos aus dem Netz zu bekommen. Sobald das für die breite Masse verfügbar wird, informieren wir euch natürlich hier umgehend und testen das für euch. An sich benötigst du für die Benutzung von ChatGPT nur einen kostenlosen Account. Es gibt aber auch die Möglichkeit für 20 Dollar im Monat einen Premium Account zu kaufen, der Zugriff auf ein paar weitere Features bietet. Zum Probieren reicht aber der kostenlose Plan völlig aus. Im selben Atemzug muss man allerdings auch noch den Playground von OpenA eignen. Hier haben wir im Grunde dieselbe Technologie, die auch ChatGPT nutzt, können aber noch ein bisschen genauer damit arbeiten und einzelne Anwendungsfälle besser isolieren. Es gibt eine Menge Vorlagen, die wir hier nutzen können, zum Beispiel für Übersetzungen oder das Erklären von Code. Leider ist es aktuell so, dass für das Nutzen des Playgrounds bezahlt werden muss. Es handelt sich aber wirklich um Sendbeträge, also ist das auch eine Alternative, wenn ChatGPT zu allgemein sein sollte. Als weitere Alternative gibt es die Website Perplexity. Perplexity ist im Prinzip eine Art Hybrid aus Chatbot und Suchmaschinen. Ähnlich wie ChatGPT beantwortet der Bot Fragen, die man stellen kann. Hier werden allerdings zusätzlich immer auch Quellen angegeben, da Perplexity das Internet durchsucht und damit auch auf aktuelle Fragen oft sehr gute Antworten findet. Man muss sich dann auch nicht zu 100% darauf verlassen, dass das schon stimmen wird, sondern kann einfach mit Klick auf die angegebenen Quellen nochmals selbst nachlesen und die Informationen bestätigen oder so weitersuchen. Auch Microsoft mischt im Geschäft der Chatbots mit und hat der eigenen Suchmaschine Bing einen intelligenten Assistenten spendiert. Der Bingbot arbeitet mit dem Grundlagenmodell GPT-4 von OpenAI, mit dem Microsoft eine enge Partnerschaft pflegt. Damit ist der Bot sehr gut und bietet anders als ChatGPT automatisch die Möglichkeit, im Internet zu suchen und damit auch aktuelle Infos zu liefern. Genau wie bei Perplexity liefert auch der Bingbot oft Quellen mit, die eine Verifizierung der Antwort und weitere eigene Recherche erlauben. Es gibt zudem einige Einstellungen, mit denen man festlegen kann, wie genau oder kreativ die Antworten sein sollen. Microsoft hat aber nicht nur den Bingbot ins Leben gerufen, sondern aus dem hauseigenen Browser Edge im Prinzip ein KI-Megatool gemacht. Auch dazu haben wir ein Video auf unserem Kanal, aber kurz zusammengefasst bekommen wir in Edge eine KI-Sitebar, mit der wir ständig Zugriff auf Funktionen mit künstlicher Intelligenz haben und uns Websites erklären lassen können, sowie Texte generieren und vieles mehr. Unter den großen Tech-Konzernen mischt Microsoft damit auf jeden Fall ganz vorne mit im KI-Rennen. Jetzt verlassen wir den Bereich der Chatbots und schauen uns ein anderes spannendes Feld an, die Erzeugung von Bildern mithilfe von KI. Und bleiben zunächst noch bei Microsoft. Unter bing.com.create bekommen wir von Microsoft ein komplett kostenloses Bilderzeugungstool, das schon ganz beeindruckende Ergebnisse liefert. Außer der Bilderzeugung gibt es hier nicht viele Features, aber es ist ein sehr einfacher Einstieg in die Welt von KI-Bildern. Man kann sich außerdem die Bilder von anderen Personen anschauen und mehr darüber lernen, welche Befehle für diese Bilder verwendet wurden, um die eigenen Ergebnisse vielleicht zu verbessern. Wer wirklich die absolute Top-Qualität braucht, ist aber an anderer Stelle besser aufgehoben. Als unseren Favoriten gibt es hier aktuell die Website von Leonardo.ai. Mit dieser Web-App kann jede und jeder mit einfachen Texteingaben beeindruckende Bilder in einer Vielzahl von verschiedenen Stilen erzeugen und bearbeiten. Es gibt zwar aktuell noch eine Warteliste, aber man kommt an sich relativ schnell an einen Account. Die genaue Anleitung, wie das klappt und wie man Leonardo dann benutzt, haben wir in einem Video für dich zusammengefasst, das auch in der Beschreibung verlinkt ist. Sobald man Zugriff auf die Website hat, bekommt man jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Credits gestellt und kann diese nutzen, um Bilder zu erzeugen, zu verändern und zu erweitern. Leonardo fügt außerdem konstant neue Funktionen hinzu und es macht wirklich Spaß, mit diesem Tool zu experimentieren. Neben Leonardo haben wir dann das vielleicht noch bessere Mid-Journey. An diesem Tool kommt man eigentlich nicht vorbei, wenn man wirklich die absolute Spitzenqualität bei den erzeugten Bildern erreichen will. Hier hat man unglaublich viele Parameter und Stellschrauben, mit denen man quasi fotorealistische Bilder erzeugen kann. In verschiedenen Beiträgen, vor allem auf Twitter, kann man sich die beeindruckenden Ergebnisse anschauen und hier ist es oft kaum noch möglich, die Realität von den generierten Bildern zu unterscheiden. All das kommt aber leider nicht ohne Haken. Zum einen läuft Mid-Journey auf einem Discord-Server und ist damit in der Anwendung lange nicht so intuitiv wie beispielsweise Leonardo oder sogar Bing Create. Zum anderen ist die kostenlose Nutzung aktuell fast nicht möglich, da das Interesse so groß ist, dass kaum Kapazitäten für Basisnutzer bestehen. Wenn dich das trotzdem interessiert, erklären wir dir das ganze Prozedere mit Discord und der Erzeugung von Bildern in einem eigenen Video, ebenfalls verlinkt in der Videobeschreibung. Neben Bildern kann KI aber auch Audio erzeugen und hier ist eine Firma ähnlich spektakulär aufgefallen, wie das JetGPT im Bereich der Bots gelungen ist, Eleven Labs. Dieses KI-Tool bietet unglaublich echt klingende Computerstimmen und Audioerzeugung an. Unglaublich beeindruckend präsentiert in einem Demo-Video auf YouTube. Hier ein kurzer Ausschnitt. Wie echt diese Stimmen klingen, ist schon fast beängstigend. Und Eleven Labs bietet die Möglichkeit, aus nur wenigen Proben einer Stimme quasi einen digitalen KI-Klon zu bauen, den man dann alle möglichen Dinge in den Mund legen kann. Es gibt aber auch Standardstimmen, die man einfach verwenden kann, um etwas zu vertonen, wenn man es selbst nicht sprechen kann oder möchte. Als nächstes steht Notion in unserer Liste. Notion an sich ist eine sehr beliebte Web-App für das Verwalten von Notizen und Planung. Notion besitzt aber auch keine KI und bietet damit die Möglichkeit, direkt in der Oberfläche auf intelligente Funktionen zuzugreifen. Damit kann man zum Beispiel komplette Texte erzeugen lassen, aber auch bestehende Texte umschreiben und überprüfen. Besonders im Arbeitsalltag kann man sich beispielsweise beim Verfassen von E-Mails helfen lassen und die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Und für alle, die Notion AI eher privat nutzen, ist es mit Sicherheit hilfreich, dass die KI für uns zu jedem Thema eine Pro- und Kontraliste anlegen kann, damit wir uns auf jeden Fall immer richtig entscheiden. Als letzte Empfehlung haben wir noch Tom. Mit dieser Website können wir moderne und professionelle Präsentationen erstellen. Den Service gibt es seit 2020, aber durch den ganzen Hype um KI wurde jetzt nochmals viel Aufmerksamkeit generiert. Auf Tom kann ich nämlich automatisch eine komplette Präsentation erstellen lassen, mit einem einfachen Befehl. Also zum Beispiel erstelle eine Präsentation über künstliche Intelligenz. Das Tool macht dann alles für mich. Inhalte erstellen, sowohl Texte als auch KI-generierte Bilder, das Layout der Folien und ein Inhaltsverzeichnis. Natürlich ist das Ergebnis nicht direkt perfekt, aber man kann dann in einem intuitiven Editor alles anpassen und an vielen Stellen immer wieder auf die künstliche Intelligenz zurückgreifen, zum Beispiel um Dinge zu kürzen oder zu verlängern, umzuschreiben oder neue Texte zu erzeugen. Das war unsere erste Zusammenstellung der besten Websites und Tools im Bereich KI. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und es war vielleicht auch etwas dabei, das du noch nicht gekannt hast. Falls ja, freue ich mich sehr über ein Like. Alle Tools und unsere Videos dazu findest du wie gesagt in der Beschreibung verlinkt. Wenn du noch weitere coole KI-Websites kennst, dann lass es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn du mehr Videos zum Thema KI, aber auch zu allen möglichen anderen Themen der digitalen Welt sehen willst, schau auf jeden Fall auf unserem Kanal vorbei und lass am besten direkt ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video.